Mein Kopf, Fleischadvent, fetter Junge schwitzt beim Kacken mit Facecap. Ich schwitzt wie Sau, ey. Ja, mein Skate trifft schon zu, fetter Junge schwitzt beim Zocken mit Facecap. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Trashadvent-Kalender-Blage-Döns mit und so. Mit und so. Wir haben inzwischen natürlich diese Challenge geschafft. Hashtag creative mode, Hashtag. Hashtag verkackte Challenge, Hashtag. Ich bin im letzten Part noch drauf gekommen. Oh, Alter, guck mal. Der einzige, der wirklich gerade legal zockt, ist Max. Und würde er es schaffen, da ist die Leiter. Boah, jetzt kommen Nippelsprünge. Ja, fick dich doch. Komm, fick dich, Mitmacher, fick dich. Ja, ich hab's geschafft. Ja, 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 Alter. Game-Mode rüberfliegen. Im Game-Mode hast du doch immer an. Ja, stimmt. Oh, nö. Oh. Lol. Die Sprünge da gehen eigentlich, Skate. Achso, du bist nicht auf den Zaun raufgesprungen. Das geht genauso. Wieder dieser eine Scheiß-Sprung. Ich kann den nicht, wo es plötzlich hochgeht. Der ist eigentlich da gerade eben ganz einfach gewesen. Wieso setzt der den immer ans Ende? Weiß ich nicht. Von mir aus hat's alle... Do not... Hier kommt der aber auch schon recht bald, wow. Muss ich denn... Ah, ja, genau, ey. Scheiße. Ich glaube, ich bin falsch gesprungen. Boah, ey. Hier wird's richtig witzig. Ey, welchen kannst du nicht dehnen jetzt, oder was? Ja, den letzten. Das ist ein Sprung, den ich nicht kann. Du musst extrem spät abspringen, das. Ja, das ist nicht so meine Stärke. Extrem spät abspringen. Äh. Hä, wo muss ich denn jetzt hier... Was ist denn das hier für eine scheißverdammte Kacke? Mann. Wer kam eigentlich auf die Idee... Du! Also Skate. Wie war dann das nochmal? Also mal ohne Spaß jetzt. Das, was hier jetzt gleich kommt, ist immer richtig, richtig... Einfach nur hundertprozentiger Müll. Dünnpfiff. Siehst du das nicht? Es, es, es scheißt schon so hart. Rein. Also wirklich. Ah, Max ist vorhin gestorben. Meine verdammte... Äh, und? Bruder. Verdammte... Du haust einfach und fällst runter. Ich wollte eigentlich dem Max eine reinhauen, dafür, dass der mich vorhin mein Dinger gekostet hat. Das sah doch echt episch aus, muss ich sagen. Ich leck mich doch. Hä, wie geht das denn jetzt? Na, ich schacke... Boah, Leute. Wollt ihr... Hä, wie geht das hier? Wie geht das hier? Du musst, äh, rechts rum, nicht links rum. Ah. Das macht schon mehr Sinn. Ja, ne? Ach man. Meine Freizeit. Einen mitgeben, ja. Aber... Hä, und jetzt? Ich fühl mich beeilen an deiner Stelle. Weg da, raus! 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 Ey, das wollte ich auch grad sagen, aber ich hab's mir verknüpft. Ja, und dann von hier aus? Ey, von hier aus einfach dann, du musst auf die Leiter drauf und dann in das andere... Ja, ja, das... Jetzt kommt's assi, ey. Skate, viel Spaß! Den Sprung hab ich immer die ganze Zeit nicht geschafft. Guck, warte... Lol, was hab ich denn jetzt gemacht? Ah, da. Hast du geschafft, Skate? Natürlich. Oh, ich bin oben. Ist dir vor mir? Nein, nein. Da, 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 da. Wow, und er hat den selben assi Sprung da nochmal reingepackt. Ja, ich weiß. In der nächsten Episode zocken wir Badrock. Ich hab keinen Bock mehr auf diese Map. Der ging ja aber noch. Raus! Was? Mann! Ja, sorry. Weiß ich nicht. Das war irgendwie so'n Drang. Manchmal hat man einfach so'n Drang, dich einmal zu schlagen, ey. Wow! Was war das denn, ey? Wieso? Irgendwie hat sich das gerade so angehört wie so'n Kampfschrei. Wow! Skate schreit zum... Zum Kampf, ey. Ich kann euch nicht mehr schlagen. Ich kann euch nicht mehr schlagen. Spawnschutz. Nee, 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 kannst du. Das ist der Wii Spawnschutz. Boah! Ist ja lame, ey. Warum geht der erst weg, wenn wir dann auf den Plattformen sind? Nein! Na! Oh nein! Ich hab vergessen, dass da gar keine Leiter ist, dass die ja schon direkt zu Anfang ist. Oh Gott, wie fail ich, ey. Nein! Blubberphase! Oh! 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 Warum kann ich die nicht machen? Du bist so eine... Eine Arschfigure Ja genau, mann, das bist du echt Skate! Oh ne Witze Meine Frisse Ich renne jetzt in die andere Richtung Skate, mach jetzt nicht mehr rückwärts, viel Spaß Map of reverse Nein Selbst das wird nix Eigentlich wollte ich nur Max runterhauen Ey, ey Och meine verdammte Fresse nochmal Meine Fresse ist aber schon verdammt Jetzt verpiss dich Max Raus aus Deutschland Skate hat dich geschlagen Einen Scheiß hab ich Na klar Ich hab dich gar nicht geschlagen Bist so runtergerannt Ja, hauptsächlich zu tun Mir ist grad eh voll langweilig Die fordert mich gar nicht an Die Challenge Ja, ja, ja Max Deswegen schaffst du selber auch nicht Die fordert mich gar nicht an Ey, ohne Spaß Schlaf mal bitte nicht Wie soll man das denn bitte schon schaffen, wenn man über seinem Kopf noch einen Block hat Block Ich hab's geschafft Ja Ja, und du fragst als einzig so Wie soll man das denn schaffen So Ich hab's Ja, das Geld Hast du auch geschaffen? Ja, natürlich hab ich's geschafft Ja, ja, ja Meine Fresse So, jetzt Jetzt reicht's Jetzt kannst du mich mal fett am Po leckes lecken So Ach, scheiße Nein Ich hab gedacht Hier steht da noch Was? Du fällst dich einfach aus dem Po Ja, ich Ich hab mich zu dir teleportiert, Alter So, warte Ich flieg einfach hin So, meine Fresse, ey So, kannst du Ey, Mettmacher, ne Leck mich einfach fett am Mettmacher Arsch, ja Der hat doch den Scheiß da so hingebaut Der spinnt, jawohl So, Timestad Null, Alter Ey Oh, du Nudel Na, du Nudel Ups, aua Na, ihr Nudel Nein, der Jetzt flieg doch einfach runter Was machst du denn? Raus Ja, jetzt darf ich auch Raus, ey Scheiße Okay, weiter geht's Sterb direkt erstmal Nein So, wir Kopfhörer rein Alter, ich auch Ach, nö Ja, ja, geil Oh, ich muss nachher erstmal duschen, Alter Ohne Spaß Max Max schwitzt wieder, riecht der fette Gamer, war ihn Oh, ja, Alter Ich bin seit mal kackter fetter Sack, ey Das ist so schlimm Nein, Alter Es sah echt geil aus wie Bildartikel Fetter Junge schwitzt beim Sacken Sag ich da Schreib mir das in den Titel, bitte Fetter Junge schwitzt beim Kacken Wollte ich gerade sagen Was? Schwitzt beim Kacken Die Kacke schwitzt beim... Fette Kacke schwitzt beim... Hahahaha 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 Ja, ey Fetter Junge schwitzt beim Kacken mit Facecap Hahahaha 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 Ja mein Skate triffst du schon zu, fetter Junge schwitzt beim Zocken mit Facecap Hahahaha Hahahaha Du hast da FaceCamp drinnen, oder? Uuuuuhhhhh Nein, ich zocke ohne, die sehen gar nicht, wie rot nehme ich im Gesicht bin Warum? Nein durchspiele ich mit Was ist das? then lüg uns doch nicht an, du Blöd'ian Hahahaha Du bist doch ein dumme Hahahaha Hahahaha Rollt schon. Das ist doch am ersten Spruch. Wie wird man ein perfekter Gamer? Man bleibt einfach im Stuhl stecken, ey. Im Stuhl. Im Stuhl. Nein. In der Sitzgelegenheit. Nicht im Stuhl. Oh, du bist ja doch schlimmer, ey, als so eine Klasskamerade. Was ist das? Alter! Ich probier noch... Verzöchung! Ich kann nicht mehr spielen! Scheiße! Ich kann nicht mehr spielen! Scheiße! Ich kann nicht mehr spielen! Das ist so richtig kratzig. Nein! Nein! Boah, ich muss erstmal ein Stück trinken, ey. Es geht nicht mehr klar, ey. Ich hab mich kaputt gelacht. Alter Leute, was macht ihr eigentlich? Alter, wer ist eins? Nein, ich hab den letzten Sprung, ey. Mann! Ich könnte schon fast direkt das Fenster aufreißen, ey. So warm ist es mir einfach nur. Alter, ich hab so eine richtige... schwitzige Luft. Weil Max stinkt nicht im Zimmer. Das wollte er damit ausdrücken. Diese Feststellung. Oh, nee. Fetter Junge ist zu faulen Fenster zu öffnen. Oh, hey. Mir ist richtig schwindelig gerade vor Lachen. Wie ich mir die Auflampe reinziehen muss auf jeden Fall, wenn das Gate am Lachen ist, Alter. Ja, das muss ich auch mit Facecam da mal angucken, ey. Ich hab mich nicht... Ich konnte gerade nicht... Meine Fresse! Nein! Und irgendwie lachen wir heute nur, ey. Das ist richtig krank. Ja, was willst du dass sonst machen? Eigentlich würde man heulen bei der Map... Ich schaff das nicht, na genau, ja, das war richtig scheißen verkackt, ey. Alter, ohne Spaß, ich hab voll Bauchweh grad. Nein! Wahrscheinlich fragen mich nachher wieder alle, was war denn so witzig, weil ich so laut lache. Du hast grad auch gefehlt beim Sprung, wo du nach oben gehen musst. Ja, beim letzten. Ja, ich auch. Weil das ist ja einer, den kann ich sehen, weißt du. Das hier geht ja eigentlich, aber den letzten Sprung, den kann ich nicht. Oh, hä? Ich war doch grad drauf. Ich war das. Nö, nö, ich seh da langsam nicht mehr ein, ey. Das ist doch wohl... Boah, diese Nippelsprünge, die haben ja alles steif. Ich hab das schon schon oft geschafft und dann schaff ich diesen blöden letzten Sprung nicht. Ah, diese verkickte Kackwurst hier, Mann. Fetter Junge, springt auf Nippel. Witzig, Mann. Max, ey. Ja! Ja! Anderer fetter... Nee, fetter Kumpane hat den Sprung geschafft. Hä? Nein, sag mir nicht, dass es zum Beispiel geht. Gate ist so ein fetter Kriegswetter. Ich hab halt keinen Bock mehr auf die Challenge geht, darüber zu skaten, Alter. Hashtag tp ist Gate. Nein, aber im Fall schon wieder. Meine Fris, war das Fail. Alter, Master, du hast den Sound geschrotet. Er macht einfach den Sound kaputt, ey. Das ist mir leid. Das geht nicht. Nein, das ist nicht machbar. Ich war zwar gerade drauf, aber nein, das ist nicht machbar. Du musst da mindestens... Du brauchst da jetzt nicht deine Polo-Stange aufbauen, ey. Guck mal, Leute. Ich tanze hier so ein bisschen für euch. Hä? Sag mal, hast du den woanders wieder hingesetzt? Guck mal, Leute. Ich bin gerade eben draufgekommen. Ich tanze hier so ein bisschen für euch an der Stange. Das ist voll geil, ne? Ja, darauf stehst du irgendwie, ne? Hey, du hast den woanders hingesetzt, du, hey. Hä, nicht. Aber kein Boll. Ich hab's geschafft. Du musst auf den... Wenn ich den weiter zurücksetze, dann... Siehst du? ...geht halt nicht. Ganz konzentriert am Sprung. Oh, nein! Ich renne rückwärts runter, ey. Wie behindert. Oh, Gott. Na komm, wieder Leitersprünge. Hey, warum hab ich jetzt eigentlich gerade 120 FPS? Ich verstehe das nicht. Ich hab 30, ey. Das ist das Adrenalin im Fallen. Nein, ich hab noch nicht gesaved. Game Mode 1. Schnell, nein, nein, nein. Wie viel FPS nämlich auf? Oh, geil. Oh, Mann. Du bist doch gekackt, ey. Respa... Oh, sorry, Skate. Das wollte ich nicht. Ne, eigentlich wollte ich... Ich dachte eigentlich, dass ich jetzt Max mir telepete. Deswegen bin ich jetzt freiwillig gerade runtergesprungen. Ja, nee, ich bin... Ich bin... Ich hab die ganze Zeit auf Respawn geboxt, ne? Und dann auf einmal... Jetzt bin ich gespawned und hab dich... Ey, wer hat mein Bett kaputt gemacht? Du Arschkrampe. Geht meins noch? Lol, ey. Du hast einfach mein Bett geschrottet. Find ich nicht witzig. Find ich nicht gut. Wo ist denn Skate? Oh, der steht da vorne. Guck mal. Der alte Hodenkobold, ey. Ich würde sagen, wir gehen an dieser Stelle auf, oder? Boah, Alter. Ja, so halb, wach. In der nächsten Dinger zocken wir Bedrock. Wollen wir zusammen duschen gehen? Fetter Junge, geh zusammen duschen. Fetter Junge, geh mit fetten Kumpanen duschen. Und... Oh, deine Oma, der hat Kot am Hals. Oh, ich schlag dich noch, bevor ich aufrasse. Wessen Oma hat Kot am Hals? Skate. Stell dir mal vor. Ja, okay, egal. So, okay, gut. Ja, wollen wir aufgeben, oder? Oh, nein, Skate, ey. Boah, ey. Langsam ist... Aber langsam, aber sicher ist ja die Behinderung groß. Ich gehe jetzt zurück. Scheiße. Und wo spawnst du denn jetzt? Am Anfang? Okay. Ey, ich gehe zu den Skeletten, die mögen mich lieber. Die lieben dich. Na gut, dann würde ich sagen, oder? Ja. Ja, ich würde sagen. Also, ich würde sagen, oder, ne? Also, oder, oder, oder. Ey, geil ist das. Die ballern sich alle gegenseitig ab und keiner trifft mich mehr. Ne, das ist für mich ganz deiner Meinung. Also, gut, dann würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Part. Also, bis morgen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Dieser extrem lustige Part. Ohne Spaß. Wenn der keine 20 Daumen hoch hat, dann würde ich, dann, ne, dann, dann... Wenn der bei, keine Ahnung, wenn der noch mehr kriegt. Bei Skate 20 Daumen. Wenn der keine, wenn der keine 100 Daumen hoch hat und dann gibt's aber auch... Wenn ich den Leuten das Video teile, ja, dann bin ich sauer. So, alles klar. Dann haut mal rein, bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020